Hallo zusammen, hier einmal eine ganz andere Anregung, aber natürlich nach meinem Motto weniger ist mehr. Aus der Gruppe Movie & Show auf Seite 3 gibt es die Guitarserenade, ein ganz einfacher dünner Style im Dreivierteltakt und dazu eine Melodie, ganz einfach mit der rechten Hand, aber achtet mal auf meine linke Hand, ich setze hier ganz bewusst, ganz langsam den Modus Fingered on Bass ein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Versucht's gerne, selbst einmal.